So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Das klingt doch richtig gut, klingt wie ein geiler Zickzacks. Wir sind eigentlich gerade hier im Livestream, wir machen eigentlich gerade Lavados Raids für Zuschauer. Das seht ihr vielleicht hier hinten. Aber wir möchten kurz mal das CD-Video aufnehmen, weil der nächste CD bekannt ist. Dazu muss ich das Kanalmaskottchen hier reinpacken, guck, damit ihr nicht mehr seht, dass die hier schreiben, hallo YouTube, tut, tut. So, das Mew, das Mew ist da, man sieht euch nicht mehr. Man kann die Namen durchsehen, verdammt nochmal. So, der nächste CD war ja schon bekannt, das Datum war schon bekannt. Also der 13. August, wieder ein Samstag von 11 bis 14 Uhr. Jetzt wissen wir auch das Pokémon, was uns begleiten wird. Und es ist, geiler Zickzacks, klingt jetzt erstmal nicht wie, oh, voll das heftige Pokémon, ist halt wieder PvP relevant, ne, wisst ihr ja. Aber das Shiny sieht auf jeden Fall richtig genial aus. Damals musstet ihr raiden für das Teil oder halt brüten oder sonst was. Ich glaube, viele Leute brauchen das noch als Shiny. Ich habe die Familie auf dem Hauptaccount voll. Ich habe auch das Gala Zickzacks mit Partyhut oder was er es hatte als Shiny in der Sammlung gehabt. Also das passt alles. Jetzt also für die Leute, die das damals nicht bekommen haben, aber Bock auf dieses Shiny haben, können sie es sich zum CD dann gönnen. Und CD, eigentlich ist es egal, welches Pokémon CD bekommt. Der CD soll ja dafür da sein, dass ihr zusammen unterwegs seid und einfach Spaß habt. Ich weiß noch nicht, wie mein CD ablaufen wird, weil wenn ich wieder alleine bin, werde ich wahrscheinlich wieder hier drin sitzen und drei Stunden auf meinem Bobs. Ansonsten mal gucken, wo es einen hinverschlagen könnte. Pokémon des Tages. Gala Zickzacks erscheint häufiger in der Wildnis. Exklusive Attacke für Barrikad-Ducks. Ab Blocker. Arena-Kämpfe, Raid-Kämpfe, 20 Schaden. Trainer-Kämpfe, 15 Schaden. Steigert garantiert die Verteidigung des Anwenders und senkt die Verteidigung des Gegners. Damit wird sich wieder vieles ändern in der GBL. Ich werde wieder gar keinen Durchblick haben, weil es ist so oft, dass irgendwelche Attacken, die dann auch noch irgendwelche Wirkungen haben, momentan kann ich eh kein GBL zocken. Aber das ist ein Pokémon, was man öfters sieht. Und jetzt mit so einer Attacke vielleicht nochmal um einiges besser wird und das Meta-Game dann aufmischt. Es wird auch wieder eine Spezialforschung geben. Feldnotizen, Gala Zickzacks. Mittlerweile ist es ja schon fast Tradition, dass jeder versucht, jeden zu beschenken. Diesen ein Euro hat man noch übrig. Und jeder will der Erste sein. Jeder will dem Schilling eins packen. Der Chaos-Lady, der Sabrina. Und dann sind immer alle traurig. Ah, ich wollte dem schenken und ging nicht. Ich werde mir die auf jeden Fall wiederholen. Außer wenn jemand anderes natürlich das vorher schickt. Leider verpasse ich immer, wo dran steht, wer es geschickt hat. Also wer mir für den C-Day das spendiert, sollte bitte einen Screenshot davon machen. Wenn das weggeschickt wird, dann würde ich das natürlich wieder bei Raider Mittwoch mit reinpacken. Sonst habt ihr natürlich immer die normalen Aufgaben da drin. Es ist fast immer das gleiche, was ihr da erwarten könnt. Aber für einen Euro machst du da nichts verkehrt. Event Boni. Wir haben doppelte Bonbons fürs Fangen. Wir haben dreifachen Staub fürs Fangen. Das wird saftig. Rauch drei Stunden. Lokmodule drei Stunden. Das ist ja also eigentlich, das ist immer so als Tradition. Ein zusätzlicher Spezialtausch. Momentan in der Jahreszeit habt ihr zwei Spezialtrades pro Tag. Während es C-Day ist, könnt ihr noch einen dritten machen. Vergesst das nicht. Ihr habt wieder die doppelt hohe Chance auf XL-Bonbons beim Fangen von Pokémon für Trainer ab Level 31. Also die werden euch schon wirklich hinterher geworfen. Jeder Tausch kostet auch nur 50% weniger. Mehr? 50% weniger. Ist ja auch günstiger, gerade wenn ihr Leute trefft. Und da man noch was tauschen wollt, zählt das alles gut mit rein. Und es gibt Schnappschüsse wieder. Fotobombs könnt ihr machen. Habe ich beim letzten C-Day, glaube ich, kein einziges Mal gemacht. Oder? Habe ich es gemacht? Ich glaube nicht. Ihr wart im Livestream dabei. Ich glaube, ich habe die Schnappschüsse wieder komplett weggelassen. Boni für Gruppen. Wenn ihr viel an einem bestimmten Modul fangt, passiert ja immer irgendwas. Was ist jetzt hier? Arbeitet in dem Zeitraum zusammen, um zusätzliche Boni freizuschalten. Wenn bei einem Pokestop mit Log-Modul genügend Pokémon gefangen werden, erscheinen wilde Galagera-Ducks in der Nähe dieses Pokestops. Hm. Haben die jetzt daraus gelernt? Weil das war ja das Problem beim Kapunus-C-Day. Wenn man die Kapunus gefangen hat, dass dann Duo-Dinos erschienen sind. Da haben sich die meisten Leute erstmal gefreut. Da sie dann im Prinzip gleich eine Entwicklung fangen können, die dann auch mehr Erfahrungspunkte gibt und mehr Bonbons abwirft. Problem war, die konnten nicht shiny sein. Und die Leute, die eigentlich einen shiny haben wollten, haben in die Röhre geguckt, weil sie nur noch Entwicklungen fangen konnten, die nicht shiny sein konnten. Und haben dann weniger shiny Kapunus abbekommen. Ich denke mal, wenn das dann erscheint, wird Galagera-Ducks, was dann sitzt, auch nicht shiny sein können. Und wieder den Platz für die normalen Zick-Zacks wegnehmen. Gleichzeitig könnt ihr das alles wieder verlängern, wenn ihr nach 14 Uhr noch Raid-Kämpfe der Stufe 4 macht, mit einem Galagera-Ducks drin. Sodass auch weiterhin ihr immer wieder verlängern könnt, bis 19 Uhr das Ganze strecken. Ich habe bisher noch keinen von diesen 4er-Raids gemacht. Ich habe gesehen, der... Benjamin? Benjamin war es, glaube ich. Der hat sogar einen Duo-Raid gemacht, mit dem letzten 4er, der jetzt beim C-Day war. Die sollen ja angeblich so mega stark und brutal sein, zum Besiegen, um den Bonus zu kriegen. Aber das war wohl jetzt bei Starralily, war das einfacher, konnte man das besser machen. Ich bin immer noch kein Fan davon. Ich werde weiterhin auch diese Raids auf jeden Fall meiden, diese 3 Stunden nutzen. Aber, ja. Ihr könnt ja mal reinschreiben, ob ihr das macht, oder wie auch immer. Ich werde ihn nicht machen. Bonus habt ihr da, befristete Forschung. Steht alles hier nochmal von 11 bis 19 Uhr. Hier gibt es auch neue Sachen, neue Kostüme, eine Barrikadax-Pose, Handschuhe, Brille, Hut. Ihr könnt euch komplett einkleiden. Das sieht alles sehr fetzig, sehr rockig aus. Sticker dürfen auch nicht fehlen. Oha, Killua, verfolg dich jetzt. Mit einem, der hat es richtig gemacht. Der ist jetzt hier mitten reingekommen. Ansonsten ist das eigentlich alles, was man sagen kann dazu. Ich glaube, ich rede zu viel. Ne, warte mal, 6 Minuten 50. Wir müssen noch strecken auf 8 Minuten. Habt ihr schon einen Shiny davon? Schreibt es in die Kommentare. Wenn nicht, wie findet ihr das Shiny? Habt ihr Bock auf das Pokémon? Spielt ihr oft GBL? Und nutzt das und freut euch auf die neue Attacke? Wo werdet ihr zocken? Werdet ihr wieder zu einem Meetup gehen? Bei uns gibt es keine in der Nähe. Mit wem zockt ihr? Werdet ihr das Ticket verschicken? Wie findet ihr die Boni? Die ähneln sich ja die ganze Zeit. Und werdet ihr Rates machen, um das Ganze noch hinaus zu zögern? Für mich wird es chillig. Ich habe eigentlich alles. Ich brauche eigentlich nichts. Ich kann also 3 Stunden Zeit absitzen und einfach mit den Leuten, die da sind, auch interagieren und chillen und einfach labern und machen. Wenn sich nichts anderes ergibt und man wieder unterwegs sein kann. Ich habe eben auch eine Abstimmung gemacht, ob ihr das besser fandet, dass man unterwegs gestreamt hat und ihn mitgenommen hat oder ob ihr es zu Hause besser fandet. Und die meisten Leute sind für unterwegs streamen, den Z-Day. Aber alleine mache ich das nicht. Muss Thomas wiederkommen, dann kann ich wieder mit seinem Handy streamen. Das wäre eine Option. So, jetzt sind wir genau bei 8 Minuten. Gucken, wie schlau ich bin. Und ich würde sagen, das war es von meiner Seite aus. Wir machen jetzt kurz noch Rates. Bis 20 Uhr. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.